ich will ja dass sie platz macht wenn ich jetzt hier leckerchen habe dann kriege ich sie zwar gesetzt so aber jetzt geht sie nicht runter also egal was ich mache sie geht nicht runter sie rutscht halt nicht ins platz rein so richtig und wenn ich sie mir nehme und drücke dann ist sie will sie nicht das finde sie scheiße so und das will ich nicht machen ich will dass sie von alleine drauf kommt und deswegen mache ich ihr ihr einfach so niedrig dass sie nur im satz durch passt aber durchgehen muss sie allein das heißt ich habe das dahin jetzt geht sie vorne runter ganz von alleine sobald sie unten ist nehme ich das bein und lass sie essen dann kann man hier gibt es noch was abzustauen sobald sie liegt bein sie liegt sobald sie liegt mittlerweile hat sie diese übung soweit kapiert also wir haben noch mal zum wegnehmen wir haben noch gar kein kommando eingebaut das heißt sie reagiert momentan nur auf sichtzeichen sie reagiert ich zeige ihr das so zack sie liegt sich hin das hat man jetzt schon gesehen dass sie weiß schon dass sie sich hinlegen soll ich muss sie gar nicht mehr unter dem bein drunter durchlocken ich mache so sie liegt sich hin und sobald sie liegt also sobald der hintern auch unten ist mache ich meine hand auf und sie bekommt das leckerchen aber auch erst dann also nicht so halb geschummelt gilt nicht sondern sie muss schon ganz liegen also ich mache so zack ja und dann kriegt sie was zu essen in der moment wo sie das zuverlässig mag also wie ich sagen kann ich kann sie mit meinem sichtzeichen zuverlässig dazu bringen ins platz zu gehen also sie darf jetzt noch aufstehen wann sie will das das ist jetzt noch nicht das ding das haben wir noch nicht geübt also sie muss nur kurz liegen sobald man sie zuverlässig mit mit der hand mit handzeichen also oder sichtzeichen dazu bringen kann dass sie ins platz geht kann man das kann man das signal oder das kommando einbauen das heißt und sagt dann das kommando also halt platz und macht dann das sichtzeichen das ist wichtig dass man das nicht vertüdelt weil der hund irgendwann lernen soll ich höre das kommando also mit meinem weg platz und gleich und er weiß irgendwann wenn sie das sagt kommt gleich das sichtzeichen wo ich mich hin legen soll und irgendwann fängt der hund dann anders vorweg zu nehmen das heißt er hört das platz weißt du wie schon was gleich kommt und macht es dann wenn man das jetzt umdrehen würde wenn man immer erst erstes sichtzeichen macht und dann platz sagt dann weiß der hund irgendwann dass er nach dem sichtzeichen und nachdem er sich hingelegt hat das platz hört er wird aber nicht so miteinander verknüpfen es ist wichtig dass man dass man halt das kommando was man das r a das sichtzeichen sehr zuverlässig funktioniert schon und und also schon irgendwie so ein bisschen gefestigt ist und b dass man das davor sagt und c das timing ich mache das kommando macht das sichtzeichen und sobald sie mit inklusive hintern unten ist also so weiter ganz unten liegt öffentlich meine hand wir üben das jetzt hier natürlich in einer relativ reizarm umgebung das ist hier irgendwie so in unserem zu hause in unserem wohnzimmer wenn man jetzt rausgehen würde und sei es nur im garten dann kann es sein dass man wieder einen schritt weiter vorne anfangen muss also dass der hund das was er ganz neu gelernt hat noch nicht beherrscht sondern man dann wieder mit diesem unter den beinen durchgetügel anfangen muss das muss man sich immer merken je reizstärker die umgebung ist je weniger der hund die kennt wenn man jetzt spazieren geht andere hunde kaufmannsladen irgendwas dann kann das sein dass man einen schritt zurück gehen muss das sollte man dann auch tun das ist nicht schlimm sondern das festigt das einfach noch mal in der neuen umgebung aber jetzt machen wir immer weiter also noch mal hier diese übungen zeigt sie liegt funktioniert gut ich muss mal hier immer laden und jetzt für so für sich das kommando ein platz das ist so und da ist so ein moment ganz viele menschen versucht sind nur platz zu sagen ohne das sichtzeichen zu geben und dann eine weile zu warten weil sie probieren wollen ob der hund das schon kann also ich mache es mal vor wie man es nicht machen wollen dann lass ich erst mal was trinken das ist glaube ich relativ ist ja trocken futter muss ja immer genug zu trinken haben darf sie auch zwischendurch also wie man es machen soll ist platz sichtzeichen essen wie man es als ungeduldiger hundehalter das kaum erwarten kann dass der hund das komplett beherrscht nicht machen sollte ist platz warten was der hund macht warten ob er schon begriffen hat warten 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 dann irgendwann hat nicht geklappt gut mache ich mal das sichtzeichen ja weil das jetzt hat wenn man so macht bringt man dem hund bei man sagt was er muss ewig nichts machen und dann kommt irgendwann das sichtzeichen oder auch nicht weil der hundeführer schon keinen bock mehr hat also nicht zwischendurch jetzt ewig ausprobieren klappt es schon ohne sichtzeichen sondern wirklich erst mal eine woche oder was weiß ich mit sichtzeichen üben und dann das erste mal probieren nicht ungeduldig werden an der stelle weil man will ja dass der hund es hinterher schnell macht man will ja ich sag mal so wenn man es wirklich vorführreif machen will will man ja dass man platz sagt und wumms der hund klappt zusammen also richtig so zack so was ihr schwerer fällt weil ich ihr beigebracht habe vorne zuerst runter zu gehen ist das ganze aus dem sitz zu machen aber es klappt glaube ich trotzdem platz wenn sie stehen dann einfach wieder auf tritt also trick 17 gemacht also soweit zur platzübung ja 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 ja